Bangalore! Hä? Ach man, ich will... Man, ich will den anderen nehmen! Alter, der regt so komisch, der Blatthauend. Der Blutha... der Blut... Blut wahrscheinlich... Der ist halt der Uri Geller. Haha, das ist der Vincent... der Vincent Raven ist das. Abfahrt! Hemlock! Ich hab wieder den Klassiker gemacht. Komplett reingeschossen. Man kennt ihn. Für mich. Hier bei'n. Da. Markiert. Schafft ihr sie zwei? Ja, schau. Die Wecker wiederbleibt. Ja. Ich hab den anderen auch. Da mal. Überflüsslich. Jawoll. Habt ihr sie oder so? Wir haben's schon. Wir haben's schon. Wir haben's schon. Wir haben's schon. Hier. Da! Ja, vor mir! Hinter dir! Traiert um! Na! Hahaha! Woher bist du mein? Ich lue mich aus. Was ist denn? Was an die? Unten! Oh Gott! Ja, da! Ja, da! Die kommen nicht so weit mit der Buchse. Das bringt nichts. Warte. Warte. Ja, da kommen wir das schon so weit. Aber das ist uns schwer. Weil du musst irgendwie... Da wollen wir da runterrasen. Ja, komm. True. Das wackeln ist ja irgendwie lustig. Auch wenn's beim Zielen nervt. Das gibt's halt Sinn. Rechts hier ist noch. Links vorne. Da war einfach gerade das, wo du läufst. Ja. Sau weak, glaube ich. Ich glaube, dass er nur so weißes Leben hat. Ja, aktivieren und zerstöre. Jetzt beide da vorne, glaube ich, sind weak. Jetzt ein bisschen kittet. Ich kann absolut nicht aimen. Ich werde das Ding lieber einsetzen. Alter, das geht einfach nicht. Ich check's nicht. Ich hab zwei. Wir sind tot alle. Oh, da ist noch ein Team. Nein, da ist noch einer. Da ist noch ein Team. Ja, ja, da ist aber noch ein Team. Ich hab kurz warten müssen, bis ich mein Ding wieder zurücksehe. Das geht nicht mehr. Oh, dort, dort. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Jawoll. Schön, Jungs. Fläten. Oh, da ist noch einer. Ich geh jetzt mal schnell, bitte. Oh, bei mir. Oh, ich habe geschossen. Oha. kann man nicht mehr schützen der ist da bei mir? ja wir haben mich FINISHED wir haben mich FINISHED wir haben mich FINISHED so hat sich was ich find ich check das so offen nicht ob ich jetzt killed hab oder ob ein anderer killed hab ja ich find man checkt nicht schnell genug ob er tut das oder nicht ja wie klasse sind wir jetzt schon wieder? ich hab 5 ich hab 6 ich hab null ich hab mich da eher geopfert warte ich soll ich sagen eine Anforderung eine Ult mir her ach so ja das kommt ja das ist übelst gut aber lass mir erst mal looten bitte wenn es eh meins ist ja du Wichser genau so wird er das gut aber das darfst du nicht wo? vielleicht werden wir zum soßen ja da jetzt sind wir da hey da waren wir ja 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 eigentlich genau bei uns äh das war jetzt da vorne da vorne da vorne ich markier wir werden zwei hits geben ja wir werden gleich hin auf mir wird der Baller zurück wollen wir einen Hits geben er hat nie die Hits wer ist da scammeln wir haben einen Gegner geortet ja vor hinten vor hinten vor hinten vor hinten hier direkt bei mir vorne hab ich geknockt sind die oben oder was sind die ja beide nice ja beim Sussi da oben oben bei dir Sussi ja ich bin hoch ich hab einen zwei hits geben auf warte ich hau da Rauch hin ah na fuck oder doch ist er Rauch ups man ich mag mir Ulti ersetzen aber es geht nicht über uns über uns hat ihm eine Hits geben das würde mich schnell ich würde nicht laufen hier vorne bei mir ist einer bei mir ist einer der ist low da vorne da vorne Rauch ich hab da einfach Dings mein Ulti gehauen um sind zwei ausgenockt gell wenns da ums Eck rum gehts ja 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 da chillt da oben noch sein mate toll Leute da kommt der Ding das ist gleich meins oder keine Ahnung Alter Aua irgendwann haben wir uns gerade schauen gemacht ja das war die oder was Gegner ich hab keine Gegner hä wo sind die hier da oben tot da war eins der war ganz oben nice Mann ist der tot? Alter ja ja alter nice Jungs was du da vor dem direkt jetzt hat was weiß äh Schild ich hab jetzt vier Schilder schauen ah du ah null ja schau oder da ist ein Sniper ein Goldene wenn wir vier Schilder der war phoenix da unten da unten da vorne da vorne da vorne wo ich mein Kino ja einen Hitl hab ich ihm gegeben da ist nur einer auf der Straße direkt ich hab ihn auch nicht getroffen auf dem eine gehit es geben ne ich hab's super aimt dort fangen wir an ja habt ihr den habt ihr den ne 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 die sind hier vorne die werden auch heiß ne dort dort oben 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 jawoll jawoll got them boys got them boys lol hä das war das grad bei mir ist ein Applaus Schild unten gehen wir wieder weg wir sind ganz vorne wir sind noch phoenix falls jemand bin ich mag ne ich hab eins ne ich kann es mit ne ich kann es auch mit ne ich kann es auch mit das letzte Team die sind da runter ne ja die sind da vorne ist auch eine Klaffe auf jeden Fall nämlich gerade die müssen halt irgendwo da hinten sein die müssen halt irgendwo da hinten sein die sind locker da auf die Klaffe einfach also in der Neue ich sag die sind da drinnen safe wie viele wie viele Kills habt ihr? 6 2 Alter wir haben 19 ich siegne wo ja ich hab aussehen ich hab so die Fettfinger mit markieren ich mach jetzt Granaten hin ich mach jetzt Granaten hin wer war da kann der Ding pass auf jawoll hier haben wir mit der Granaten haben wir mit der Granaten hinter dir nein wie viel Zeit haben wir ein bisschen kettet ob den du hast der letzte dann ist da unten jawoll jetzt haben wir über 20 Kills äh 22 Kills äh ne 2 waren 3 3 glaub ich ihr 2 ausknockt ja achso jetzt hängen wir doch gleich oder jetzt da schon zu ne 22 Kills 22 Kills kräftig schmächlich ich hoffe euch hat die mega nice Runde mit dem Bloodhound gefallen wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dann und ciao bis dann